Ja, mein Tipp an euch da draußen ist auf jeden Fall, sucht euch einen Studiengang, der euch interessiert. Fangt an, probiert euch durchzuboxen. Am Anfang ist es immer schwer, aber wenn ihr mal ein bisschen Routine gefunden habt, dann könnt ihr es auf jeden Fall durchziehen. Es macht auf jeden Fall extrem viel Spaß.